Aber keine Geräte soll schon rumbleiben, da wollen sie nicht sehen. Versteck dich nicht. Heute mal mit naturischem Licht. Achso, pass auf den Lippen, wäre eigentlich schön. Something on my lips. Happy Alloyle und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Saskia und ich freue mich sehr, dass du dich hierher verirrt hast. Ich habe heute für dich, ohne große Schnackeln, ohne große Schnackeln, die neue Instalbox, die vierteljährig erscheint, also alle drei Monate. Ich habe sie im Jahresabo und bezahle so nur 25 Euro pro Box. Also ich habe genau 100 Euro, glaube ich, im Abo bezahlt, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, ihr könnt sie aber auch im monatlichen oder im 6-monaten, also im halbjährigen Abo holen. Ich glaube, wenn ihr sie monatlich holt, zahlt ihr 30 Euro. Schreibe ich euch hin, was das Monatsabo kostet. Hier hin. Genau, und die Instalbox ist eine meiner Beautyboxen, die ihr auch auf dem Kanal hier erst mal bleiben würdet, zumindest das Jahr über. Weil das, wie gesagt, ein Jahresabo ist, das läuft noch bis Dezember, dann würde es sich erneuern und dann werde ich mir Richtung Dezember überlegen, ob ich es dann weiterführe oder nicht. Und die hat immer einen ganz schönen Warenwert. Wir haben hier ganz niedliche Produkte, kommt im selben Stil wie eigentlich so gut wie jede Beautybox. Und ich muss zugeben, ich habe schon reingeguckt, weil sie liegt schon seit vorgestern bei mir. Ich wollte eigentlich gestern drehen, aber wenn ihr mir auf Instagram folgt, wisst ihr das tatsächlich. Gestern war Mittwoch und ich hatte am Dienstagabend meine Wurzelspitzen, nicht Wurzelspitzenreaktion, Gott sei Dank noch nicht, aber eine Wurzelbehandlung. Und die hat mich am Mittwoch komplett ausgenockt, weil der Zahn noch richtig wehgetan hat. Ja, und deswegen komme ich heute erst zum Drehen. Wir haben die Summer Edition. Ich habe, wie gesagt, deswegen auch schon ins Neue geguckt. Und was ich schon gesehen habe, gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut. Und wir starten erstmal mit dem Editorial. Und ich lese vor. Liebe Insta-Fans, stellen Sie sich folgendes Szenario vor. Hochsommer, flirrende Hitze, die Sonne senkt sich bereits, die Temperaturen aber nicht. Sie sitzen bei einem kühlen Trink draußen, ob auf dem heimischen Balkon, der ist noch nicht fertig, auf der Terrasse des Lieblings-Italieners oder an einer strandbarmen Urlaub. Leichtigkeit und Ferienstimmung schwören in der Luft. Auf ihrer gebräuten Haut schimmern die Permut-Coins ihres neuen goldenen Lieblings-Schmuckstücks von Purely. In zarten Regenbogenfarben, was Ihnen ein Lächeln auf die Lippen im angesagten New-Ton, Dack des Lip-Kids von Beauty-Queen Kylie Jenner zaubert. Zur Erfrischung geben Sie auf Ihr Gesicht das Feuchtigkeitsspendenspray von Sassy Beauty, das dezent nach Rosenblüten düftet. Sehen Sie es vor sich? Wunderbar! Denn all diese Zutaten und noch viel mehr finden Sie in unserer Sommerbox. Nur für den Drink müssen Sie sich selbst besorgen. Wir wünschen Ihnen einen traumhaft schönen Sommer, wo auch immer Sie ihn verbringen. Ja, und das hat uns Sophie Grünzer, die Chefredakteurin, geschrieben. Danke, Sophie! Ja, ein schönes Motto. Also genau das finde ich, was man sich so in den Sommer tatsächlich vorstellt. Und Kylie Jenner finde ich ziemlich cool, auch dass es halt natürlich dekorative Kosmetik ist. Wir haben immer so ein Gutscheinheft drin. Gehen wir jetzt zur Seite. Und dann gucken wir hier rein. Und ich fange mal mit Purely tatsächlich an. Das ist eine Schmuckmarke, die ich zum Beispiel teilweise gerade auch trage. Also die Kette mit dem Stein und die Uhren sind definitiv von Purely. Ich glaube, der Rest ist von iCrush. Das ist quasi eine Alternativmarke. Beides passt nur online. Ich hatte den iCrush Adventskalender und das Purely Abo. Bei beiden verlinke ich euch mal eine... Also für die Abos verlinke ich euch mal oben im i die Playlist dazu. Oder ein Video dazu. Ich weiß gar nicht, ob ich gelungen für eine Playlist. Muss ich mal gucken. Ja, und hier haben wir ein kleines Armbändchen drin, was ich sehr, sehr schön finde. Ich hoffe, dass das um meinen Arm passt, denn ich habe tatsächlich mit manchen Armbändern von Purely das Problem, dass ich sie nicht umkriege, weil sie so eng sind. Also ich habe inzwischen schon eine Methode für mich gefunden, wie ich sie auch alleine mal hinkriege, rumkriege. Dafür brauche ich einfach nur eine Büroklammer. Ich habe tatsächlich aber in dem Adventskalender von... Ja, auch so aus diesem Insta-Universum, Beautylove oder so, gab es auch eine Kette und ein Armband. Und das Armband habe ich nicht umbekommen, weil es so eng ist. Und das wirkt auch wieder sehr eng. Es sieht aber wirklich sehr, sehr schön aus. Das muss man sagen. Wir haben so kleine goldene... Ja, Permut, würde ich sagen, soll das sein. Ich glaube, das wird wieder so eine Schwierigkeit für mich wäre, das alleine umzukriegen. Ich finde es per se sehr, sehr schön. Aber wie gesagt, wenn es zu eng ist, dann wird es nicht zu mich. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Steinchen dran. Und immer das typische Purelym-Kettchen-Anhängerchen. Ja, und tatsächlich auch mal ganz schön Verschluss. Manchmal sind die Verschlüsse so filigran, dass ich gar nicht zurechtkomme. Ja, das wird eng beim Zusammenlegen. Naja, werde ich mal ausprobieren und euch dann eventuell einfach mal hier oben reinschreiben, wie gut ich damit zurechtgekommen bin. Grundsätzlich finde ich es auch eine schöne Sache. Ketten habe ich auch tatsächlich sehr, sehr viele. Ich weiß nicht, ob ich auf dem Armband für jeden was ist. Oder ob ich Ohrringe besser gefunden hätte. Vielleicht. So als Stecker hätte ich die, glaube ich, auch schön gefunden. Andererseits kann man dann auch sagen, Ja, gut, Ohrringe hat auch nicht jeder Ohrlöcher. Wir gucken mal rein, was uns das Heftchen dazu sagt. Preise versuche ich euch natürlich zu ermitteln. In der Regel liegt, glaube ich, so bei Armkettchen, das so bei 15 bis 20 Euro bei Purely. Das ist die White Gloss-Kette, beziehungsweise man hätte auch ein, also ich habe das Armband, man hätte offensichtlich auch eine Kette dazu kriegen können. Genau, hübsche, schimmernde Permut-Coins für sommerliche Styles. Genau, kommen wir dazu mit T-Shirt, Sommerkleid oder elegante Bluse oder zum Bikini. Wasserfest, das ist von Hawaii. Aloa White wird hier mal wieder gewähnt, genau. Purely hat auch dieses Aloa-Motto so ein bisschen verinnerlicht. Und Wasserfest, das muss ich wirklich sagen, ich trage ja einiges, also von beiden auch. Auch iCrush ist so, ist wirklich schön. Ich finde ein bisschen schade, dass ich nicht beides drinne habe. Ich kleine, ja, Schmuck-Elster, die ich nun mal will, weil ich glaube, die Kette an sich hätte mir auch gut gefallen. Hier steht unten auch extra noch mal eine Variante in der Box. Und das ist das Highlight an Accessoires. Joa. So, das nächste Produkt haben wir gleich hier auf der anderen Seite. Let Me Glow, ein Illuminating Serum von Keyes, Keyes, Keyes Soke. So sieht das aus. Ähm, von Alicia Key, ah cool. Alicia Keys Glow mit den neuen Keyes Soke Illuminating Serum. Das ist mit staatlich geprüften Dämatologen. Ein feuchtigkeitsspendendes, aufhellendes, warum aufhellendes, ich brauche kein aufhellendes, grundierendes Serum für ein Glow entwickelt. Antioxidatives Rosenwasser spendet Feuchtigkeit und regeneriert trockene, fahle Haut, während Nierzeamid den Teint sofort auffällt und ausgleicht. Das Serum verleiht einen Hauttüten, einen warmen Glow und kann sowohl einzeln als auch als Make-up Primer verwendet werden. Okay, schöne Idee. Wir gucken mal an, wie das von drinnen aussieht. Ich habe noch nie was von Alicia Keys tatsächlich gehabt. Ich wusste gar nicht, dass sie eine eigene Lebematte hat. Ja, hier sind, how much is it? 5, ja gut, 5 Milliliter. Kann man wahrscheinlich 1, 2 Mal, vielleicht 3 Mal, je nachdem, wie reichheit ich das ist, benutzen. Ist halt, glaube ich, nur eine kleine Probe. Wenn es preislich wie die anderen, ich sag mal, Celebrities-Marken ist, dann wird das auch ein bisschen teurer sein. Also grundsätzlich ganz schön. Ich bin ja ein großer Pflege-Guru. Wir haben passend zum Sommer und zum Urlaub eine kleine Travel-Bag hier drin. Hier steht drauf Sunshine and Good Vibes. Ist eben natürlich durchsichtig mit einem Zipper. Genau das, wo man dann diese 100 Milliliter-Flüssigkeiten reinmachen darf. Ja, finde ich grundsätzlich eine gute Idee. Weiß ich jetzt noch nicht, ob das bei mir bleiben wird oder ob ich das weitergebe. Aber die Idee dahinter ist natürlich ganz nett. Ich weiß nicht, ob das hier extra aufgelistet ist. Ich meine, ich glaube, wir wissen alle, was ein Travel-Bag ist. Let's have a look. Ja, Cosmetic-Bag, Sunshine and Good Vibes garantiert. In der hübschen, nein, gut, hübsches finde ich. Kosmetik-Tasche finden alle ihre Summer Essentials Platz, damit sie auch auf Reisen immer ihre liebsten Beauty- und Pflegeprodukte griffbereit haben. Genau, extra die Anforderungen für Handgepäck an Flughäfen und damit ideal zum Transport von Flüssigkeiten im Flugzeug. Das, was ich auch schon gesagt habe. Das nächste Produkt wird definitiv weitergehen. Ich weiß, meine Schwägerin mag solche Produkte, deswegen geht es an sie. Und zwar von Naturebox mit kaltgepresstem Granatabfüllöl. Ein festes Shampoo für koloriertes Haar. Gut, koloriertes Haar hat sie jetzt nicht, aber ist ja, glaube ich, Rumpel. Genau. Ja, ist eine recycelbare Verpackung, ist klar, weil hier drin haben wir halt wie so eine Seife. Und das ist ja außerdem nur Pappe, frei von Silikonen und zertifizierte Naturkosmetik. Ja, dafür ist Naturebox ja, glaube ich, bekannt. Und das muss man dann einfach nur zwischen den Händen aufwärmen oder anfeuchten und dann entsprechend benutzen. So, das nächste Produkt. Wir haben ja auch immer mehr als so 5, 6, so fast 10, 12 Produkte, je nachdem. Das nächste Produkt ist von, heißt die Firma so? Ja, ich glaube von Q&A, ja. Koffein Augenserum. Sehr gut, meine Augenserum haben sich gerade, also ich habe noch genügend, aber ja, ich habe gerade eins aufgebraucht. Hilft Schwellungen zu reduzieren, gleicht den Hautton um die Augen an und hält Augenringe auf. Ja, ich weiß jetzt nicht, was Koffein groß macht. Ich denke, die Größe wird eine Fullsize-Größe sein. Also, ne, Augencremes haben ja generell immer in der Regel diese Größe mit, ich glaube 15 Milliliter, genau. Also, so sieht das dann vom Nahen aus und hat dann wahrscheinlich so einen schmalen Applikatorkopf. Ach nee, hat hier so einen, ah, ist ja eigentlich auch nicht schlecht. Riecht nach Gurke. Ja, riecht ein bisschen gurkig, wie so ein Gurkensalat so ein bisschen. Ja, pflegt die Haut, ne? Ob jetzt Augenseherin oder generell Augenpflegen so krass viel machen, kann ich euch gar nicht sagen. Ich benutze sie inzwischen, weil ich sie aber auch da habe, ne, was, also, das schmeißt man ja auch nicht weg. Ähm, und ich die Pflegewirkung grundsätzlich ganz nett finde. Ähm, wenn ich irgendwann mal keine mehr habe, würde ich mir auch keine nachkaufen. Bin ich ganz ehrlich. Aber nice to have. So, das nächste sind zwei Packungen Kaugummi von True Gum. Und zwar haben wir einmal White, äh, Plastikfreiheit Kaugummi für starke Zähne in der Farbe, äh, in der Farbe, in der Sorte Pfefferminz, Zuckerfrei. Ähm, ne, außen hier drum ist wirklich nur, äh, eine, eine Packung. Und dann haben wir noch Minze, ja, Pfefferminze und Minze. Ähm, aber nicht in der zuckerfreien Version und auch biologisch abbaubar. Jo, was steht hier hinten noch drauf? Plastikfreie, vegane und biologisch abbaubare Kaugummi, frei von Zucker, Aspartame, künstlichen Aromen. Was ist denn hier sonst drin, wenn da kein Zucker drin ist? Ah, Dytoksylite, okay. Okay, ja, das ist in Ordnung. Ich bin Fan von Süßungsmitteln, ähm, wir haben ja auf Insta vertraust, was ist das? Jo, Kaugummi, ich koste sie jetzt nicht, weil Reden und Kaugummi kauen ist nicht so cool, aber, ähm, ja, grundsätzlich eine coole Idee, werde ich irgendwo mir ins Auto wahrscheinlich packen. Ähm, die werden auf jeden Fall vernascht. Super Koko Zahnpasta, äh, Zahnpasta in Boxen finde ich eigentlich nicht so cool. Ja, ist eine Whitening Zahnpasta, ähm, auch 100% recycelbar, zumindest wahrscheinlich die Außenpackung. Mit Kokosnussextrakt, oh, ich weiß nicht, ob mir das gefallen wird. Ja, Whitening Effekt und 100% vegan von der Firma Happy Brush. Genau, und hier ist es eben vegan, ohne Natrium-Laurosifat, um Gottes Willen, Wörter, ohne Palme und ohne Triklosoran oder sowas in der Art. Ja, ähm, die Packung an sich ist natürlich nicht einfach so recycelbar, obwohl die fühlt sich ein bisschen anders an. Ähm, ja, dann gibt es wohl noch Zahnbürsten und alles mögliche andere von denen. Ähm, ähm, ah, die Taube ist zu 30% recycelt oder bis zu 30% recycelt. Ja, sie fühlt sich auch ein bisschen, das kann ich, wie ich euch das beschreiben soll, also ein bisschen rauer an, würde ich sagen. Ja, so ein bisschen rauer. Ähm, 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 was steht hier noch? Ja, mit deinem Kauf spendest du zwei Tage Wasser an Menschen in Not. Ja, schöner wäre aber, wir würden einen Brunnen, äh, dort bauen und nicht nur Wasser hinschicken. Ähm, aber grundsätzlich, ähm, ja, Brush for Water ist offensichtlich hier das Motto dahinter. Ich bin ja mal ein Fan von Hilfe zu Selbsthilfe. Ja, man kann Leuten Wasser geben oder man kann Leuten einen Brunnen bauen, damit sie Wasser selber holen. So, das nächste, was wir haben, ist von Passa Beauty und zwar eine, ja, Nageschere. Perfekt, äh, manikürte Nägel-Nageschere gebogen. Joa, ja, Nageschere. Äh, ist eine Nageschere in blau, in so einem schönen türkisblau. Sieht schön aus, wird bestimmt ihren Zweck erfüllen. Ist eine Nageschere. Was ist das jetzt so richtig mit dem Sommer zu tun hat? Äh, aber ja, sagen wir mal, wir machen unsere Füßennägel auch schön. So, das nächste Produkt finde ich auch sehr spannend. Das ist von Freiöl, ein Gesichtsöl, ähm, das soll glätten und Feuchtigkeit geben. Lustigerweise, gerade jetzt im Sommer abends benutze ich aktuell kein Gesichtsöl, aber vielleicht fange ich jetzt doch wieder damit an, weil ich das Gefühl habe, meine Haut brauche es doch mal wieder. Ähm, das wird dann zwar nicht direkt in Einsatz bekommen, weil ich noch von Nix welche da habe, aber grundsätzlich eine ganz schöne Sache. Es ist für trocken und sensibler Haut, ja, hier, also trocken, nicht sensibel. Ähm, Haferöl, Jojobaöl, Bisabolöl, da fehlen die Ölstriche. Äh, und Timber-Extrakt ist hier wohl drin, ne? Und ja, äh, ein verwögendes Freiöl, Gesichtsöl auf bars, glattlicher Öle, soll die Haut tiefenwirksam mit Feuchtigkeit versorgen, regenerieren, vitalisieren, glätten. Ja, und das ist alles spürbar auf meiner trockenen Haut. Ähm, die fettet nicht und zieht sofort ein, ohne einen Ölfilm zu hinterlassen. Gut, wie gesagt, ich benutze das eh nur abends, da stört mich das nicht. Und, äh, ja, pharmazeutische Prinzipien und sollen den Regenerationsprozess der Haut anregen und die Hautzellen langanhaltend unterstützen in ihren natürlichen Funktionen. Mhm. Die Haut erscheint strahlender, erholter und fühlt sich samtweich und geschmeidig an. Wisst ihr Bescheid? Ja, und die kann mit anderen Freiölpflege kombiniert werden. Ja. Aktiviert die Hyaluron- und Aquaporin-Synthese. In irgendeinem Test haben sie das wohl herausgefunden. Mit patentierten Himbeerextrakt pflegt und spendet langanhaltend Feuchtigkeit mit PCAA. Glättet und vitalisiert die Haut mit Vitamin E. Das ist ja das Schönheitsvitamin. Und regeneriert und stärkt die Hautschussbarriere mit Omega-6, Fettsäuren aus dem Haferöl und das Bisabol. Da steht auch ohne Ö. So, die Haut beruhigt. Ja. Sie empfehlen täglich morgens und abends. Bei mir wird es definitiv nur abends an Anwendungen kommen, weil ich morgens das nicht mag. Und es ist frei von Alkohol, Farbstoffen, Konservierungsstoffen, Mineralen, Paraffiner, PEGs und Silikonen. Gut, wenn da nur Öle drin sind, möchte ich auch, dass da am besten frei davon ist. Ja, das finde ich wieder ein schönes Produkt. Und das sieht auch wieder noch ein Full-Size-Produkt aus, würde ich behaupten. Das ist das Fläschchen und wir haben eine kleine Pipette. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Ja, und hier noch so ein Häppchen, was wir aber, glaube ich, nicht brauchen. Ja. So, vielleicht zeige ich euch heute nichts. So sieht das Fläschchen aus. Ja, und hier sieht man, glaube ich, so ein bisschen, dass es eine Pipette ist. Pipette finde ich auch eigentlich ganz gut, weil, das muss ich sagen, die NYX-Öle kommen in so ein kleines Fläschchen, was halt das nicht hat. Und das finde ich persönlich ein bisschen doof zu dosieren. Und das kann man natürlich deutlich besser dosieren. So, jetzt kommen wir zu persönlich meinen Highlights. Das erste ist ein Fixing Spray, Hydrating Fixing Spray von Sassy Beauty. Sassy Beauty steht dafür, dass sie versuchen, kein Kleber zum Beispiel zu benutzen. Das heißt, kann ich versuchen, die Packung ist aus Pappe. Also, möglichst alles in ihren Produkten ist so pappfreundlich, umweltfreundlich wie möglich. Und das ist hier komplett gesteckt. Also, ihr seht, hier steht oben hier. Und wenn wir das hier öffnen, dann wird sich das jetzt hier gleich so auseinanderfalten. Sagt er sich, schreibt das nicht hin. Genau, dann faltet sich das hier so auseinander. Dann so. Wartet mal, ich spreche das jetzt so. Und so. Und da können wir es dann mitnehmen. Genau. Da steht es auch nochmal, Box ohne Klebstoff. Wie gesagt, darauf schwören sie. Finde ich auch eine coole Idee. Das hier ist eine Glasflasche. Hier oben ist der einzige Plastikteil. Oh, das ist hier offensichtlich schon ein bisschen ausgelaufen. Ach, wisst ihr, ich kann so ein bisschen was eigentlich vertragen. Wollen wir es mal testen? Wir gucken erstmal, wie der Sprühstoff ist. Geruchstechnisch finde ich es sehr, sehr schön. Es ist ein sehr feiner Nebel. Ja, ist jetzt nichts, was ich mit in den Urlaub nehmen würde, weil es mir einfach zu schwer wäre und ich Angst hätte, dass die Glasflasche bricht. Dementsprechend die Szenerie, die sie so beschrieben haben, also ja, auf der Terrasse, auf dem Balkon. Wenn er dann mal irgendwann fertig ist bei mir. Aber hey, ich habe jetzt schon gelbe Außenbände. Sieht nicht schön aus. Ja, Sassy Beauty. Ich habe von Sassy Beauty einen Primer, den habe ich allerdings noch nicht ausprobiert. Und eine Highlighter-Palette, die ganz schön ist. Ist auch ein bisschen hochpreisiger, Sassy Beauty. So, und last but not least, das ist wirklich das Highlight. Ich habe von Kylie Cosmetics, also von Kylie Jenner tatsächlich einen Lipgloss. Und jetzt habe ich hier offensichtlich noch einen matten Lipstick. Liquid Lipstick und einen Lip Liner, was ich sehr nice finde. Auch in einer Nude-Farbe, das ist natürlich auch super schön. Und die kosten auch ein bisschen mehr. Das ist die Farbe 808 Kylie Matt. Also, das ist der Liner, der ist aber sehr dunkel im Vergleich zum, seht ihr das? Ja, wir swatchen mal. Okay, aber das ist ja wahrscheinlich so dieser Stil, den man da haben soll, dass die Außenlinie eben sehr stark ist und dann nach innen das so verblindet, weil der Liquid Lipstick ist halt deutlich, ja, Rosenholz eher, also rosaner, Rosenholz, ja, aber relativ dunkel. Ich weiß nicht, ob ich das so gut kombiniere, ob ich das gut finde in der Kombi. Aber ich glaube, wenn das dann so ein bisschen smudged so zusammen, ich versuche das mal so ein bisschen ineinander zu verblenden, ja, doch, könnte funktionieren. Aber so ganz meins ist es nicht. Also, Lip Liner tatsächlich benutze ich auch bei Liquid Lipsticks selten, muss ich ganz ehrlich sagen, sondern nur bei Lippenstiften eigentlich. Und selbst da nicht immer. Aber die Farbe finde ich tatsächlich sehr, sehr schön. Die ist richtig, richtig toll. Genau. Und ja, den Liner muss man mal gucken. Also, er hat sich jetzt ein bisschen verblendet, aber so richtig finde ich harmonisieren tut das nicht. Also, die Kombination finde ich ein bisschen weird. Das ist diesem Monat so ein bisschen die Celebrities Edition, ne? So ein bisschen so. Ja, also ein Fixing Spray. Das Fixing Spray ist mit Provitamin B5, okay. Aber wir wollen doch Kylie. Wir wollen Kylie da. Ja, wir haben ja ein schönes Bild auf ihr von der Linen Kylie. Ich weiß nicht, aber ich finde, der Ton, den ich drauf habe, wirkt anders als bei ihr auf den Lippen. Oder? Also, der braunen Ton, den ihr außen hat, ist schön, aber ich finde, der Innton wirkt ganz anders. Hm. Muss man auf den Lippen dann wahrscheinlich mal sehen. Ja, also, das ist wie gesagt der Newton 808 Kylie. Geheimwaffe für einen langen, halt einen matten Lippenlook. Ja, bei mir ja leider nicht. Ich bin sehr gespannt, wie da der Effekt ist und wie lange er hält. Also, selbst die Maybelline Superstay halten bei mir nicht lange. Ja, also soll man wirklich als Duo benutzen und, ähm, also hier steht wirklich farblich passend, aber ich finde, naja gut, das ist dieser Stil mit dem dunklen und so weiter. Werde ich sehen, ob mich das überzeugt. Ähm, es soll eine angenehme Textur haben und hochpigmentiert und vegane, eine hochpigmentierte und vegane Formel sein und soll bis zu acht Stunden Halt versprechen. Ja, exklusiv ist bei Douglas erhältlich. Das stimmt, da habe ich auch mein Lipgloss her. Und, ähm, die Rezeptur enthält keine Bestandteile tierischen Ursprungs. Klar, weil vegan. Ja, so, dann sind wir durch. Die Swalls mit der Box, was sagen wir? Grundsätzlich, es ist eine schöne Sommerbox. Ich weiß nicht, ob das Öl jetzt unbedingt so ein Sommerding ist. Das empfinde ich eher für Herbst, Winter, meinetwegen noch Frühling. Aber es soll ja offensichtlich so eine leichte Textur sein, dass man da das Gut tatsächlich im Sommer benutzen kann. Äh, Lippi finde ich sehr spannend, äh, die Kombi. Ich sag mal, so ein bisschen Flop-Produkt ist für mich die Schere. Die brauche ich nicht. Äh, ansonsten. Gefällt mir eigentlich alles grundsätzlich ganz gut. Es ist wieder eine schöne Box. Und ich finde es bei der Installbox tatsächlich auch so schön, dass wir, ähm, eben nur alle Vierteljahre das kriegen. Also alle drei Monate. Ähm, und wir quasi nicht so überschwemmt werden. Klar, wenn die monatlich kommen würde, würde es auch deutlich weniger, ähm, sein. Und wundert euch nicht wegen den unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Die Sonne hat sich gerade verabschiedet. Und ich bin hier mit natürlichem Licht. Das habt ihr aber, glaub ich, schon gemerkt. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und natürlich ein Abo auf meinem Kanal freuen. Ansonsten würde ich mich auch freuen, indem ihr auf Instagram folgt, wenn ihr Lust und Laune habt, ein bisschen hinter die Kulissen auch meines Lehreralltags zu gucken. Und ja, ansonsten verabschiede ich mich jetzt und verlinke euch hier mal meine Playlist mit den Unboxings. Hier geht's zu meinem Kanal zum Stöbern. Und hier findet ihr das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Ich würde sagen, wir sehen uns ganz, ganz bald zum nächsten Video wieder. Bis dahin. Bye, bye!